Hi Andet! Andet, wir haben den Charakter gewechselt! Aber nur für kurze Zeit! Oh, und danke für den Host! Die Gegner hier sind wie Zubats! Man geht drei Schritte Zubat! Also Kampf! Doch, 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 doch! Wir können die Charaktere jederzeit wechseln! Was ich auch jetzt muss, sagen wir mal so ein Wechsel von Tanzen, Singen, Prügeln! Hier ist die Princess League! Äh, Prinzess Dingens, genau! Ich finde das ja so lustig! Ich spiele dieses Spiel jetzt schon 50 Stunden! Das ist länger als Teil 3 und 4 zusammen! Kann man mal sehen, wie gut mir diese Spiegel fällt im Gegensatz zu den anderen beiden! Oh, und die hat wirklich schon eine Mission! Let's go! Oh, bei ihr ist es wenigstens entspannt! Da will keiner Prügel! Ja, sonst wären die anderen Teile noch länger gewesen! Aber es ist halt diese Nebendingens hier! Diese Side-Story! Das gab's in den anderen jetzt nicht so! So ausführlich! Und auch nicht so interessant! So, hier ist eine Nebenmission! Ah! Ha! Die haben wir doch! Das Kasumi! Die haben wir in der Nebenmission gesehen! Das habe ich glaube nicht aufgenommen! Egal! Da waren wir der eine Typ! Der... Aka... Irgendwas in der Richtung! Genau! Akiyama! Hat... Mit der haben wir die getroffen! Und die haben wir gesagt! Wenn du Freunde brauchst! Ich kenne da eine! Die hat auch nicht so viele! Weil sie zu viel zu tun hat! Das habe ich zum ersten Mal... Ähm... Ähm... Äh... In... Assassin's Creed... In Assassin's Creed... Äh... Valhalla habe ich das zum ersten Mal auch gemacht! Ja, das ist... Das ist mein erster Playthrough! Die hat nicht so viel zu tun! Das ist mir gut! Und jetzt geht's... Das ist mein erster Key��� irst. Ich hole sozusagen die komplette Yakuza-Reihe, hole ich nach. Deswegen habe ich glaube 3 und 4 auch so durchgerannt, weil, ja. Oh, ja. Ich hole in der Schule. Hm, wie lange war Haruka nicht mehr in der Schule? 6 Monate? Das wird schwierig, wenn die Idle ist. Ja, ein leidiges Thema bei, bei so vielem. Ähm, warte mal, hier ist noch mehr. Die Nebenmission, die Nebenstory ist noch nicht abgehakt. Ist hier ein Dance-Battle in der Nähe? Manchmal, wenn ich irgendeine Aktion mache, wird dann nämlich, äh, sozusagen Refresh. Ja, komm, mach mal Dance-Battle. Dann sieht, dann sieht der Wanny das auch mal. Dass es mal nicht nur aus Kämpfen besteht. Die tanzen einen Rund und Boden. Wenn sie so vereinh lookin quer, perspective, ist ja schon посмотреть. Wie, nee. Wie, nee. Wie, nee. Wie, nee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube wir haben gewonnen. In Grund und Boden getanzt, ja? So, ich freue mich schon auf das, auf die Prinzessleague, so jetzt müsste da wieder was passieren. Oder? Nein? Vielleicht, wenn ich reingehe? Hm, oder auch nicht. Wie löse ich denn jetzt die Nebenmissionen aus? Wie heißt die überhaupt? Kann ich nachgucken? Oder muss ich später dazu rückkehren? Oder muss der Dings da dabei sein? Ich hab keinen Plan. Ach, machen wir erstmal Story weiter. Story! Ach, doch hier drin! Äh... Nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht! Ja, 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 ja! Vielleicht an dem Brett? Warum ist hier dann ein Fragezeichen? Hier ist, denke ich, auch nichts. Ich konnte doch gerade wahrscheinlich nur wieder durch die Tür gehen. Na, ok. Dann machen wir das mal. Vielleicht ist die Nebenmission damit gekoppelt, dass ich das erstmal mache. Weil ich so... Ich glaube, ich hätte das auch machen können, nämlich bevor das Kapitel gewechselt hat. Dann hätte ich wahrscheinlich hier jemanden zum Reden, aber na gut. Princes League, wir kommen! Ich gehe jetzt in die Princes League. Ja, ich bin in die Zeit. Dann schauen wir uns auf die Zeit. Wir müssen uns auf die Princes League. Princes League Round 2! Difficult, natürlich normal. Ich habe, ich habe das Lied geübt. Ich habe es, ich habe es gesuchtet, könnte man... Ich habe das Lied geübt. Ich habe das Lied geübt. Ich habe das Lied geübt. Ich habe es gelassen. Äh, wie ist das? Ja, ich habe mich auf der Herd geübt. Es geht um nicht, Yamahra-san. Ah, ich sehe gerade ein paar ausgelassene Frames. Mein Internet spackt wieder rum, es tut mir leid. Der Typ sieht aus wie ein Yakuza. Mich würdest du dich wundern, wenn der was damit zu tun hat. Internet macht keinen Scheiß. Ich sehe, wie bei OBS die Anzeige in den roten Bereich geht. Oh, das nervt mich gerade. Ich glaube, das beruhigt sich gleich wieder. Ich merke schon. Ich kann ja leider jetzt keine Pause drücken. Sonst würde ich da mal schnell... Ah, jetzt ist es im grünen Bereich. Hoffen wir, es bleibt da. Ah. ja gerade jetzt hast du das nicht so dass ich mag dieses outfitt mich an wir sehen ein 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 ja Sorry, dass ihr gerade eine Dia-Show habt. Mein Internet macht Mocken, oder eher gesagt, irgendwas stimmt gerade nicht. Die tanze ich in Rund und Boden. Die tanze ich in Rund und Boden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020